Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Edna bricht aus. Wir müssen jetzt, glaube ich, endlich mal mit Peter reden, oder? Er wirkt äußerst deprimiert. Ein bisschen, ne? Ich will nicht, dass er sich noch schlechter fühlt. Oh. Ich will nicht, dass er sich... Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Ahem, ja, es könnte sein. Soll ich dich von deinem Leiden befreien? Welches Leiden meinst du? Naja, das Gesicht, die jammervolle Erscheinung, der fehlende Lebenszweck, das unstimmige Gesamtgefüge der überflüssigen Peter-Existenz halt. Ich komm drauf zurück. Alter. Alles klar. Willst du es schriftlich? Will ich was schriftlich? Dein Leben ist vergurkt. Wie ein teurer Gebrauchtwagen. Nicht versichert und gegen die Wand gefahren. Danke. Schon gut. Ich denke, das kann ich auch so behalten. Oh, Edna, du bist so gemein. Wenn Captain unbrauchbar Kryptonit ist, leidet er tagelang unter starken Depressionen. Gut zu wissen. Ich mach den Fehler immer wieder, oder? Allgemeine Stimmungskontrolle. Seufzen Sie mal in dieses Röhrchen. Wie ich es mir dachte. Nichts als Trübsal. Mensch. Tja. Kein Anruf für Peter. Oh, schade. Sein Leben ist kein Groschen mehr wert. Alter Edna, du bist gemein. Willst du die Zickzackschere? Zumindest bis ich einen Strick- oder ein Harakiri-Schwert gefunden habe? Nein, nein, behalt sie ruhig. Ich habe es nicht eilig. Diese Anti-Haltung ist genau der Grund, warum dein Leben so unnütz ist. Siehst du diesen Fußnagel? Einstmals lebendiges Gewebe. Dann allerdings verhornt und abgestoßen. Schließlich ein Fall für den Badmülleimer. Erinnert dich dieser Fußnagel an jemanden? Das bist du, Peter. Möchtest du noch einen Drink? Ich habe noch einen, danke. Mein Glas ist schon seit Stunden halb leer. Noch nicht halb voll? Na, du? Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn noch mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann, 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 Mann. Ein selten hässlicher Name. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Alter. Ähm, ich meine... So schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Wieder ein Jahr mehr auf dem Tacho. Was soll's. Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das? Ich nenne das Peter. Okay, der ist gut. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay. Das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. Ähm, jetzt hab ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ähm, jetzt hab ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Ähm, wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Alter. Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt, sagt der Arzt. Peter, du machst es nicht mehr lange. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kannst du es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ähm, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. Nicht der Rede wert. Alter, Vater, ey. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Tja, warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Alter, Alter, ey. Diese Fliege ist bereits auf der anderen Seite. Okay, hier ist wirklich ganz spezielles Insider-Wissen, was niemand wissen kann. Und zwar, äh, dieser Screen ist, äh, eins zu eins die Kulisse von einem Kurzfilm, den ich gedreht habe, kurz bevor ich mit den Arbeiten an Edna bricht aus angefangen habe. Und zwar heißt der Film Escher's Casting, den wir peinlicherweise bis heute nicht fertiggestellt haben. Also nicht vollständig fertig, der Schnitt ist fertig und so weiter, aber leider ist der Film immer noch nicht so ganz fertig. Aber, äh, die gesamte Anordnung mit den Stühlen, Kaffeeautomaten, alles, die ganze Kulisse, die ganze Optik ist halt vollständig diesem Film entlehnt. Und tatsächlich habe ich mich auch bei dem, äh, Outfit der Anstaltsinsassen, insbesondere bei Peter oder auch König Adrian, an dem Kostümdesign von unserer Daniela, die halt mit mir zusammen den Film gemacht hat, orientiert. Und, äh, die halt den Schauspielern, also in dem Film geht es um Schauspieler, die halt in eine starke Identitätskrise geraten, äh, diese grauen Jogginganzüge verpasst hat, dass die halt irgendwie, dass das Ganze halt eben auch, und so sagte sie es damals, auch ein bisschen kränklich entrückt, wie halt irgendwie, als wären die Patienten irgendwo und keine wirklichen Schauspieler. Ja, und ich habe auch im Dialog mit Petra kleine Hinweise auf die Personen, die so, oh, das sind alles Insider-Gags, die natürlich niemand verstehen kann, der nicht über diesen Film Bescheid weiß. Aber ich dachte so, es passiert so viel, da bricht aus, dass niemand versteht, da tut das auch nichts mehr zur Sache, kann ich das einfach mal machen. Ich überkomme ein kleiner Schauder, immer wenn ich diesen Raum betrete, äh, wenn ich Edna nochmal spiele, weil mir der Geruch in die Nase steigt von diesem Raum, in dem wir gedreht haben. Und zwar war das der Keller unterm Audimax auf dem Hamburger Universitätsgelände und der wurde von Studenten als Partyraum gebraucht, normalerweise. Und wer schon mal eine ganze Woche in einem Keller verbracht hat, ohne Fenster, dafür aber mit eingetrockneter Kotze, der weiß, wie wir uns da gefühlt haben. Und ich glaube, ein bisschen von dieser Stimmung transportiert auch dieser Raum. Alles klar. Oh. Oh. Wer ist eigentlich dieser Frank? Na, ich bin Frank. Du bist Frank? Ich bin Frank. Mein Uronkel dachte, er sei der große Hieronymus. Wenn ich auf der Bühne bin, ist jede Faser meines Körpers Frank. Jede Geste. Jede einzige Bewegung. Natürlich weiß ich jetzt, wo ich hier stehe, dass Frank nur eine Rolle in einem studentischen Kurzfilm ist. Aber wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich Frank, okay? Okay. Hey, fine. Fine. Okay. Äh, Harvey. Sieh nur, Harvey. Da hat jemand Vorsicht Frank auf den Becher geschrieben. In Spiegelschrift. Das hier ist wirklich ein Irrenhaus. Die qualifizierte Bemerkung eines sprechenden Stoffhasen. Hm. Na, sowas. Diese Poloschlägerschutzkappe ist zu klein für meinen Schläger. Was? 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 Unlucky. Huh, da steht schon was drauf. Vorsicht Frank. In Spiegelschrift. Hm, seltsam. Wieso seltsam? In diesem Bild schickt Captain Unbrauchbar Nützlich Boy Kaffee kochen. Sehr gut. Mach mir auch einen mit Nützlich Boy. Nein, danke. Ich trinke nicht, wenn ich im Dienst bin. Becherfone und Münztelefon sind leider nicht kompatibel. Oh, warum nicht? Ich habe eine Vision. Diese Münze wird den Becher füllen. Aber dafür bräuchten wir viele Münzen. Hm. Rätselhaft. Total. Lass uns den Becher zerschneiden. Das würde ich lieber sein lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch nützlich wird. Oh, Menno. Nicht traurig sein, Partner. Du kannst ja stattdessen meine Nasenhaare schneiden. Jeewee. Stimmt, der Becher ist nicht versifft. Prima. Hier drin könnte ich meine Fußnägel sammeln. Alles klar. Hm. Nichts, was auf der Karte steht, passt zu diesem Becher. Wo zum Teufel kommt der also her? Das ist eine exzellente Frage, Edna. Gut, ähm, was haben wir hier eigentlich alles? Wir haben hier die Tür. Genau. Okay. Aschenbecher. Das soll ein Aschenbecher sein? Sieht eher wie ein Bauchwecktrainer für Wurgeschlangen aus. Alles klar. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Nein. Wie armselig. Ich fang mit dem Rauchen an, wenn ich hier draußen bin. Versprochen. Okay. Dann ist alles gut. Ui. Der Geruch von kalten Kippen. Hast du etwa wieder mit dem Rauchen angefangen, Harvey? Nein. Ich habe nur mit dem Lügen aufgehört. Okay. Ich hab's. Lass uns den Poloschläger nehmen und... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu nichts Nutze, außer Zigaretten darin auszudrücken. Irgendwas. Darauf lässt sich leider nicht herumkritzeln. Wird damit funktionieren. Captain Unbrauchbar hat die Fähigkeit, dreimal täglich mit dem Rauchen aufzuhören. Alter. Ich höre öfter täglich mit dem Rauchen auf. Ich hab's. Haben wir einen falschen Schnurrbart? Dann könnten wir nämlich... Gib's auf, Kumpel. Dieser Aschenbecher ist zu... Jedes Mal, wenn ich meine Zigarette ausdrücke, höre ich auf, bis ich die nächste anzünde. Ich hab's. Lass mich nur kurz einen Einruf machen und ich kann diesen Aschenbecher ein für allemal... Gib's auf, Kumpel. Dieser... Komm schon, Edna. Sei kein Spaßverderber. Die Zickzackschere und die richtigen Zauberworte und... Ich hab's. Mein Gott, ich hab's. Die Cocktailkarte. Schnell. Gib's auf, dieser... Oh. Ich hab's. Drei Worte. Dächer, Madagaskar und... Gib's auf, dieser... Madagaskar? Ich hab's. What? Hol den Fußnagel raus, Edna. Wir machen folgendes. Gib's auf, dieser... Oh. Stuhl. Ist das nicht... Ja. Es ist ein Stuhl. Alter. Nein. Der sieht so aus, als hätten schon tausend Studenten darauf gekotzt. Egal. Seht's? Mach Platz. Braver Stuhl. Lieber nicht. Meine Kniescheibenflüssigkeit gerinnt so schnell, wenn ich sitze. Okay. Was hältst du davon, Harvey? Ich glaube, es ist ein Pferd. Achso, ja, das hatten wir alles schon mal. Warte mal, was sagt... In diesem Bild versuchen... Ach, stimmt. Okay. What? Nur Schacht? Nicht den ganzen Automaten? Doch, Minnschlitz. Ah, Moment. Da kommen die Münzen. Echo. Echo. Dieser Münz... Man darf sich... Ja gut. Hm, die Becher scheinen alle zu sein. Der Kaffee läuft einfach durch. Aha. Da kommen Münzen rein. Leer. Hä? Wo kriege ich jetzt meine Münze her? Einen Moment. Becher mit Schacht. Becher. Da kommen die Münzen... Ja, hä? Muss ich jetzt nochmal eine neue Münze holen? Ich hoffe, ich kriege nochmal eine neue. Das wäre unlucky, wenn nicht. So, da hin. Äh, benutzen. Achso. Kein... Kein... Puh. Scheinbar hat jemand in meiner Abwesenheit versucht zu telefonieren. So... Okay. Gut. Ah, okay. Äpfelgeld. Alles klar. Sehr gut. Ich dachte gerade schon, ey. Ich hatte schon Angst. Das funktioniert nicht mehr. Habe ich nicht übersteuert? Wenn ja, ist tut mir leid. Ich glaube, das sage ich mindestens einmal per Part, oder? Per Part? Pro Part? Warte. So. Nochmal zur Tür. Und danach den... Den Geld? Hallo? Ah, okay. Was brauchen wir doch für den Bienenmann, oder nicht? War das nicht? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Das ist ein bisschen hinterher, seitdem ich letztens aufgehört habe. Die will ich nicht. Warum nicht? Unsichtbarer? Bist du das? Wer sonst? Genau, Edna. Wer rastet der Roastbeef? Alles klar. Was hältst du davon, Harvey? Nein? Hui. Achso. Wora, chill. Äh, ich... Nein. Ja, das hatten wir auch alle schon mal. Gut. Moment mal. Wenn ich jetzt hier... Ich möchte diesen Kaffee reklamieren. Dann redest du am besten mit dem Kaffeeautomaten. Ich schenke das Zeug schon lange nicht mehr aus. Nicht seit dieser Sache mit Petra. Petra? Hab ich dir erzählt, dass ich aus Kaffeesätzen lesen kann? Steht da auch was über mich? Oh nein. Mal gucken. Und, was siehst du? Schwarz. Alles zappenduster. Nicht mal die Spur von einem Licht am Tunnelende. Alles hoffnungslos schwarz. Alter. Alles klar, ey. Hier, ich hab dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ohrenschmalz. Wachsig und Bernsteinfarben. Ja, läggel. Wofür brauchte ich das eigentlich nochmal? Nee, für den brauchte ich's nicht. Glaub ich. Nee. Nee, nee. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Hm. Aber nochmal schnell mit Petra reden. Vielleicht will er ja unbedingt Wachs haben oder so. Kann ja sein. Was war damit eigentlich nochmal? Löffel und Fass. Ah, zu lang her. Ich sollte das Spiel in einem Rutsch aufnehmen. Du solltest dich folgendes fragen. Warum gibt Edna sich lieber mit einem Becher Ohrenschmalz ab, als mit mir? Die Antwort? In der Gegenwart des Ohrenschmalzes fühle ich mich deutlich wohler. Alter. Edna, du bist halt so eine miese Person, ey. Ei, 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 ei. Gut, Leute. Das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Hör rein. Hör rein.